Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil Village. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, den Grafen zu entkommen. Haben uns nun direkt in das Schloss begeben, in das Schloss Dimitrescu und suchen Rose. Ich habe übrigens ein Heilmittel hergestellt und habe noch Munition gecraftet, wie man sehen kann. Okay, mal schauen, was hier abgeht. Finde, die vier... Äh, warte. Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeig mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bis den kindischen Spielen meines Bruders entkommen. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Hey. Was? Was ist das? Hör sofort auf! Oh, pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey. Lass mich... runter! EFEN! Evan, nein! Nein! Mein Gott! Oh, schrijfer! Sie sind doch völlig krank. Das fällt dir jetzt auf? Weinglas. Was haben die Entwickler mit seinen fucking Händen? Mädchen bei der Ernte. Oh. Cool. Angenehm. Was machen die denn da? Rostige Reste. Ringen mit Rostaugen. Genau. Come on. Chemikalie. Werde wir aufschließen. Aber es geht hier weiter. Wo haben sie Rost hingebracht? So, was stand da jetzt? Findet der Vierengel anlitz und du wirst errettet. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich mittlerweile Rennen gelernt habe. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 5. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Als Siener Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonderes, reisches Borgeret. Borgeret. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis. Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Kann ich daran eventuell irgendwas machen? Oh ja. Okay. Och nee. Au. Geht das? Ich bin relativ egal, ob das geht. Ich habe leider keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ja. Ich festel dich. Schlitz dich auf und zieh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ich kann mich kaum noch beherrschen. So? Nein. Ah. WTF? Ja, 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensten allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpischt, darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt schon seit Wochen im Schloss und fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmärkte, hat irgendetwas falsch gemacht und die Kommtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschl... Yo! Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würde Geister durch die Gänge sputen. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Kommtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei. Ich sollte das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich mir tun? Ich mag offene Fenster auch nicht. Und weiter? Ich hoffe, ich habe nichts verpasst jetzt. Was macht sie da? Pistolemonie? Okay. Was ist denn noch passiert? Oh, die Tür geht aus. Hilf mir, Bruder. Irina, gesunder Appetit. Mihaila, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils über den Triebchen aufgeweckt. Ich höre was. Mama, hilf uns. Was war das? Metallreste. Ah, ich höre was. Was zur Hölle? Was bist du denn? Was seid ihr? Der Tod? Danke. Hey, Leute. Oh mein Gott, da ist nur einer. Hinten alles dunkel und diese Kiste, die leuchtet einfach. Rohrbombe. Kristallner Schädel. Oh, die kann man verkaufen, weil ich das noch weiß. Haben wir hier noch was? Ja, da ist noch eine Kiste. Und ich muss ganz weit los. Keine Ahnung, wie ich hinlaufe, by the way. Wie bin ich hier gelandet? Das war Zufall, by the way, dass ich das gerade gefunden habe. Du bist ein kleiner Mann. Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Mischgeburt. Gib auf. Was? Mein Körper? Ja, fällt. Ach, schamloser Kerl. Hachst es uns herauszufordern? Ja. Das macht mir nicht mal wirklich krass Schaden. Hey, halt echt nicht. Was kannst du überhaupt? Ich stoppe deine offene Kehle mit Würmer. Hä? Die konnte ja nichts. Nur kristallener Torso. Die konnte ja nichts. Ja. Und wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr Sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Untersuchen. Rückstoßkompensator. Ja, nice. Und ein Dietrich. Ah, dann machen wir mal auf direkt. Engenstatue aus Holz. Haha, so sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herren des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Ne, wir holen uns den Koffer jetzt erstmal. So, hier lang. Achso, ne, hier. Stimmt. Ah. Genau. Oh. Verstehe. Schießpulver. Wir haben einen Holzschlüssel. Soll ich dich umführen? Hochschlüssel. Oh je. Was? Hast du mit meiner Tochter gemacht? Die ist sauer. Äh, und sie? Keine Ahnung. Das dann so rum? Okay, war richtig. Ich hab übrigens keine Ahnung, was ich gemacht hab. Spiel speichert automatisch. Oh, noch ne Ziege. Ach, du Scheiße. Ja. Ja, genau so einer. Nicht noch mit dem Finger. Nein. Wehe. Come on, ihr Lappen. Geht weg. Dann bring mich mal nach oben hier. Dann bring mich mal nach oben hier. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist. Und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen. Wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich. Ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie. Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen. Ihr habt mich angegriffen. Das ist Notwehr. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Und auch seine Familie treffen. Als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir Spei übel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Warte, da an der Fackel kann ich was machen. Ein Dreskos Schlüssel. Ja, für was? Oh. Hi. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen sie von mir? Du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Oh nee. Oh nee. Ich ruhe dich gut aus. Denn ich werde dich jagen. Und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch. Du kattest mich mal. Pff. Was ne gute Idee ist. Nicht schon wieder ne Hand. Meine fucking Hand. Meine Fresse. Ist das Ding mal auf jetzt? Danke. Und tschüss. Oh ja, sie kommt. Und weg, und weg, und weg. Oh. Schnell weg. Schnell weg. Meine Fresse. Schnell weg. Meine fucking Hand, Digga. Schon wieder. Ach du Scheiße. Du kannst dich davonlaufen. Alter. Hä? Mein Ernst? Ja, wer kennt sich ein bisschen Alk über die Hand, die abgetrennt ist und alles funktioniert wieder. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Ja, Leute, das war Resident Evil Village. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir halt versuchen, irgendwie hier rauszukommen. Bis dann und tschüss. Bis dann. 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 Bis dann.